Herr Zedler, unseren Chefredakteur vom Guten Rat, den kennen Sie ja alle. Herzlich willkommen, auch Ihnen ein gesundes neues Jahr. Wünsche ich Ihnen auch, natürlich Ihnen, unseren Zuschauern. Wir haben immer gehört, wir müssen alle länger arbeiten. Das sind wir der Demografie geschuldet. Immer weniger junge Leute müssen die Alten versorgen. Und jetzt rudert man ein bisschen. Finanzen und ums Rauchen, was ja auch teuret. Und ein Staubsauger spielt auch noch eine Rolle. Lärmbelästigung in der Wohnung und beim Nachbarn. Also eine ganze Menge Fragen. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, können Sie bei uns anrufen. 018 02 15 15 17. Und das, was hier so im Hintergrund murmelt, das sind zwei tolle Herren hier im Studio. Peter Imhoff und Wolfgang Lippert. Gebe ich doch mal rüber. Hey, wie machst du davon? Wenn Katrin mitmacht, dann wird das gleich wieder Yoga. Oh Gott. Aber das ist schon heftig, oder? Ja, davon macht meine Frau 50 am Tag. Lass uns eine Pause machen. Wird dir gefallen? Ja, ich glaube, da geht noch was. Schatzi, ich will nicht, geht da noch was. Schatzi, die Kinder weinen. Die Kinder weinen schon. Wir haben es ja gerade alle live miterlebt. Unsere beiden Herren sind wahrscheinlich entlassen. Deswegen mache ich die nächste halbe Stunde in etwa weiter. Trinkt ruhig auch. Wir haben es ja gerade alle live miterlebt. Unsere beiden Herren sind wahrscheinlich entlassen. Deswegen mache ich die nächste halbe Stunde. Das lohnt sich in allen möglichen Formen bei uns, stimmt's, Peter? Genau. Wenn Sie zum Beispiel mal unser neues MDR um vier Studio persönlich kennenlernen möchten und uns möglicherweise auch, dann können Sie einfach sich mal bewerben bei uns am 24. Januar. Speziell nur an diesem Tag können einige von Ihnen hier einfach mal bei uns einen Tag verbringen, einen Nachmittag. Andreas Fritsch ist auch hier, führt Sie hier so ein bisschen rum. Unser Sternekoch Christian Henze. Bei Peter moderiert zum Beispiel. Genau, ich bin im Studio hier aktiv. Christian Henze wird schön für Sie kochen. Ja, jetzt müssen Sie nur noch ein Formular ausfüllen. Das finden Sie auf unserer Internetseite, ein Online-Formular. Und dann sind Sie vielleicht am 24. mit Begleitung hier beim MDR. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg. Jetzt geht's weiter mit Deuss von hier. Apropos anrufen und E-Mail schicken, das lohnt sich in allen möglichen Formen bei uns, stimmt's, Peter? Genau, wenn Sie zum Beispiel mal unser neues MDR um vier Studio persönlich kennenlernen möchten und uns möglicherweise auch. Willkommen zu MDR aktuell um 17.45 Uhr. Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir beginnen heute gleich mit unserer Bundeskanzlerin. Denn Ihr Weihnachtsurlaub hat ein wahrlich schmerzhaftes Ende genommen. Sie stürzte sehr unsanft beim Skilanglauf in der Schweiz. Die Folge, eine schwere Prellung und ein unvollständiger Bruch im Beckenring. Merkel muss deswegen...